So, hallo und willkommen zu einer Baufolge. Ich habe mir jetzt schnell entschlossen, mein Mikrofon, besser gesagt, mein Ständer ist heute, nein, gestern gekommen, nein, vorgestern, ach, keine Ahnung, wann er gekommen ist. Zumindest war ich mit meinem Opa und habe meinen Ständer, äh, meinen Ständer abgeholt. Ähm, ja, Baufolge, es geht alles ziemlich schnell, ich habe das besser gesagt schon alles mal aufgenommen. Also jetzt nicht das, äh, sondern meine Stimme habe ich aufgenommen. Doch, äh, es war dann irgendwie so, dass, keine Ahnung, theoretisch sollte das halt alles etwas schneller gehen, wie es jetzt hier ist. Und insgesamt habe ich dann, sag ich, 30 Minuten vor dem PC und habe aufgenommen, habe aufgenommen und habe gelabert, gelabert, gelabert. Und am Ende, ja, war es dann halt irgendwie, hm, nicht ganz so, wie ich das wollte. Und zwar sollte es noch 14 Minuten gehen, wie es jetzt da geht. Und, so, wie ihr seht, ich bin jetzt immer noch in der Küche, denn ich will, äh, erstmal den, eine schöne Struktur für diesen Tisch finden, welchen ich jetzt auch gefunden habe. Und, ja, setze mich ja einfach ein bisschen dran. Ich finde, ähm, das Endergebnis ist ziemlich schön geworden von dem Haus, denn ich bin jetzt zum Glück fertig. Hab mich nämlich abends echt mal hingesetzt und habe alles wunderschön durchgemacht. Und ich vermute, man hört meine Mähschweinchen im Hintergrund, es tut mir mega leid, doch, äh, ja, ist halt jetzt mal so. Sie sind, ich kann jetzt schon richtig froh sein, dass sie mal etwas stiller sind, denn Mähschweinchen neigen dazu, wenn sie Hunger haben, fietchen sie einfach ein, konstant die Ohren voll. Und das haben sie für uns gemacht. Ich bin fast ausgerastet, besonders, weil meine, äh, Eltern jetzt so ein bisschen Mittagsschlaf machen wollen, ne. Und wenn Mähschweinchen einfach so anfangen zu fietchen, dann kriegst du einfach so ein Hals, sie steht da neben mir und so, psch, wieder zeitleise, bitte, bitte, bitte. Und wir sind jetzt hier bei dem Arbeitszimmer angelangt, wie man sehen kann. Also, ja, ich sitze auch in meinem Zimmer, yay. Und ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze etwas grünlich zu gestalten. Und, ja, das war ziemlich kompliziert, das war eigentlich das komplizierteste Zimmer mit, weil es ziemlich klein ist und ich viele Dinge reinpacken wollte. Und das aber nicht ganz so geklappt hat, wie ich das wollte. Und ich merke gerade, dass es mir kalt wird. Aber ich schlecht das irgendwie beheben kann, äh, weil die Decke hinter mir an meinem Stuhl lehnt und, ja. Eigentlich wollte ich dieses Aquarium, was ich gerade, äh, sozusagen in der Hand hatte, einbauen. Doch, das hatte ich irgendwie keinen Platz dafür. Leider, leider. So, ich will nochmal gucken, wie es, äh, meine Spur aussieht. Deswegen, aber, also meine Aufnahmespur demzufolge. Denn, ja, das ist das erste Mal, äh, dass ich damit aufnehme. So, hier wollte ich schönes Sessel nehmen, ne, weil das halt immer sehr schön aussieht. Doch das Problem war irgendwie, dass es nur einen Stuhl immer so angenommen hat, sozusagen, weil sonst kann ich das immer im Ganzen bewegen. Aber das war halt irgendwie hier nicht der Fall, sondern da hat es halt nur diesen einen. Und ich so, hä, was liegt denn das jetzt? Bin ich hier zu blöd dafür? Und, ja, die brauchen halt irgendwie Platz für hinten, damit sie rumschieben können. So, das Problem war, ich konnte jetzt irgendwie das Ganze dort nicht hinstellen und ach, es war blöd, das Ganze hinzurichten und alles so. Also, das war eigentlich das Komplizierte da am Ganzen. Weil ich halt irgendwie diese Staffelei halt ein bisschen schräg hinstellen wollte, weil das halt schön aussieht. Alles halt dann so ein bisschen offener wirkt und so. Aber wir sorgen erst mal ein bisschen für Licht. Aber generell, wie, ist das einfach noch grau, ne? Und ich hab einfach schon die Farbe von diesem Zimmer bestimmt. So, und jetzt hab ich diesen scheiß Drehstuhl, den ich vorhin schon in der Hand hatte, gesucht. Und hab ihn dann zum Glück da noch drunter gefunden. So, ähm, die Farbe hab ich mich für dieses wunderschöne Grün entschieden. Ich liebe dieses Grün. Das wird mindestens einmal im Haus verwendet. Jedes Mal. Also, ich baue ja generell nicht so oft, ne? Äh, obwohl ich das eigentlich voll gerne mach. Doch mir ist das immer so mega anstrengend, weil ich auch nicht irgendwie so kreativ bin, ne? Weil mir sind die Häuser immer so voll quadratisch praktisch gut und das muss dann reichen. So, jetzt suche ich hier noch passende Leuchten und denke so, scheiße. Aber bis du hier durchgemixt hast, dauert es Jahre. Beachtet die Lampe, die ich als Vorsitzendes hingesetzt habe, äh, die gefällt mir nämlich gleich noch richtig auf die Füße. Denn ich muss in das ganze Zimmer natürlich eine Tür setzen. So, aber ich habe, ähm, ja, versucht, die Tür einzusetzen. Doch, äh, wie soll ich eine Tür einsetzen, wenn da eine Lampe davor ist? Und demzufolge war es dann so, dass ich die Tür nicht einsetzen konnte. Das habe ich kurzerhand dann rausgeschnitten. Und ihr seht jetzt gleich das Endergebnis einfach. Weil einfach, ich habe da ein ganzes Stück gebraucht. Irgendwie so zwei Minuten. Und jetzt habe ich einfach die Tür reingesetzt, so gut ist. Bis ich dann irgendwie mal gemerkt habe, ja, klar, hm, wie wäre es denn, wenn du mal die Lampe dort weg machst? So, ich richte jetzt noch verschiedene Dinge einfach so ein bisschen rum, die nun. Mir ist übrigens aufgefallen, dass mir das so viel besser gefällt, wenn die Dings da steht. Aber ich glaube, es ist wieder ungemuddelt, oder? Habe ich es ungemuddelt? Ich weiß es nicht. Ich überlege. So, jetzt setze ich mich auf jeden Fall erst mal ans Vorzimmer, äh, nein, erst mal an die Treppe. Ich liebe übrigens diese Wendeltreppen. Jedes Mal in einem Haus, also ich benutze meistens Wendeltreppen. Äh, weil einfach die normalen Treppen sind meiner Meinung nach zu aufwendig. Also sind halt irgendwie, ja, die nutzen halt voll viel Platz. Mir ist immer noch kalt. Achso, hier sind wir jetzt mal im Speichermodus. Ähm, ja, da hat ein ganzes Stück gedauert. Wirklich, irgendwie saß dann da so da. Ich dachte so, speichert, speichert. Und mir fällt auf, dass ich es hätte rausschneiden können. Ähm, aber da müsst ihr jetzt mal damit klarkommen. Weil ich hab das nämlich, ähm, ich hab da etwas weggeschnitten gehabt. Was man vor uns halt gesehen hat, das mit der Tür. Und dann war es einfach so, dass ich, ähm, ja, halt das schneller, die, halt, die Schwindigkeit sozusagen erhöht hab von dieser Videosequenz. Und dann wollte ich das halt nebenbei dann so kommentieren. Doch das Problem war einfach, das ging irgendwie nicht. Und dann hat das, äh, lief das ganz normal ab. Da hab ich gesagt, okay, dann renn das das halt. Und deswegen kam Donnerstag auch keine Folge, weil ich einfach dann keinen Bock mehr hatte. Sorry, aber, äh, es ist zurzeit Schule. Hm, hä, Schule, ne? Läuft ziemlich krass. Ja, Schule ist zurzeit übelst anstrengend. Und ich denke mir dann so, hm, hm, hm. Oh, und es wird noch schlimmer. Und, ja. Ja, auf jeden Fall hab ich hier jetzt irgendwelche Dekoartikel durchgeguckt, ob hier irgendwas Schönes hin kann. Und hab mich da am Ende für ein echt hässliches Pferd entschieden. Aber, irgendwie passt's. Und da haben wir das Pferd. Ich hab's aber in schwarz genommen. Und dann ging das nicht so hinzustellen, wie ich's wollte. Ach doch, jetzt so. Okay. Ja, also, wir bekommen noch ein schönes Telefon hin, weil ich das immer da so am Eingang hinstelle, weil ich das gern mach. So, jetzt brauchen wir noch einen Teppich, weil ich das unbedingt mal wieder reinhaben wollte. Kommt besser, wenn du dann so reinkommst. Und dann hast du gleich einen Teppich. Und den Teppich, den ich zwar ausgewählt hab, passt zwar irgendwie nicht ganz so, aber irgendwie sieht der trotzdem ziemlich schön aus. Ich muss generell sagen, irgendwie bin ich mit diesem Haus ziemlich kreativ gewesen. Also, echt, das gefällt mir am Ende richtig gut. Joa. Stolz auf mich. So, über den Teppich hab ich noch schnell eine Leuchte hingestellt und war dann stolz auf mich, dass ich es von dieser Perspektive doch deswegen direkt oben drauf gemacht hab. So, jetzt kommen noch ein paar Dekoartikel. Deko ist immer wichtig. Ich benutze ja meistens immer am liebsten solche Bilder. Äh, die, ja, fertig sind sozusagen. Die ich, äh, die gemalt werden, besser gesagt, sagen wir so, ne? Die gemalt sind, weil das sind meistens die schönsten. Die gefallen mir am meisten, da ist immer, die sind immer schön und all das, weil ich find immer in diesen komischen, normalen Bildern, die du hast, immer nicht so schön. So, jetzt ist die Frage, der Fragen, welche Fenster nehm ich? Weil es durften nicht mehr so viele, äh, so teure sein, denn ich hatte nur noch 26.000. Die man unten sehen kann. Und das ist nun mal nicht mehr so viel. Und ich hatte schon irgendwie Probleme. Und was mich halt auch ein bisschen stört ist, äh, man hört leider jetzt meine Tastengeräusche und, äh, Tastaturgeräusche und Mausgeräusche irgendwie. Was mich ziemlich stört, was mich ein bisschen nervt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich sie wegbekomme. Das ist das Problem halt. Ja. Auf jeden Fall. So, bin ich jetzt immer noch auf der Suche. Äh, ja, okay, die Fenster hab ich gefunden. Und jetzt? Beste Suche ever. Da war ich ja kurz am Handy, glaub ich. Da hab ich immer zurückgeschrieben. Da ist mir ja irgendwann eingefallen. Ja, nimm's auf. So, und zwar, die Suche aller Suchen hat begonnen. Denn, was für einen Vorhang nehme ich? Ich wollte einen kleinen Vorhang nehmen, weil ich theoretisch Vorhänge nie benutze. Aber es sah alle so scheiße aus, einfach nur. Auch solche Fensterläden. Und die haben einfach nicht davor gepasst. Das sah einfach nur bescheiden aus. So, da hab ich gedacht, naja, warte mal, das hier, aber das sah so, sowas von wie Schlafzimmer aus. Und dann hab ich die gefunden, hab ich gedacht, boah, die sehen ja richtig cool aus. Die haben mir echt gefallen. So ein bisschen römisch irgendwie angehaucht. So, und dann hab ich gedacht, oh, wenn du das jetzt, ne, so in so einem schönen Rotton nimmst. Und dann hab ich gedacht, stimmt, die Fliesen, ne, also hab dann die Fliesen demzufolge so rot gefärbt. Diesem Rot. Und, und, ja, das hat mir echt gut gefallen. Und hab jetzt, dadurch, dass ich dann nur eine Fliese eingefärbt hab, muss ich dann alle noch einfärben. Aber das sah echt cool aus. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war eine super duper Idee von mir. So, jetzt geht's ans oberste Stockwerk. Und da war erstmal die Frage aller Fragen, wie mach ich die Zimmereinteilung? Und, ja, ich hab mich dann für 5x6 entschieden und war dann stolz, dass ich zweimal hier 5x6 hinbekomme. Die hat sich kurz aufgehangen. Und da hat er dann noch 5x4. Und ich so, nein, nein. Hab dann gedacht, ja, ach, das kleine Ding da vielleicht. Du hast als extra, hat er dann gesagt, ja, du brauchst ja noch ein Bart, ein zweites. So, und hab dann hier einfach was abgegrenzt. Weil irgendwie müssen die ja auch reinkommen, weil sonst ist es dann so, dass in einem Zimmer zwei Türen sind. Hier ist mir wieder aufgefallen, können wir ja speichern, was ich dann gemacht hab. Aber dazu muss man immer in Live-Modus gehen. Was ich jetzt auch weiß. Und hab ich, glaub ich, immer geschrieben in der Zeit. War immer sehr praktisch. Gut, geht gar nicht mehr so lange. Die Frage, yay! Das letzte Mal hab ich wirklich 11 Minuten, äh, 30 Minuten aufgenommen. Und saß dann irgendwie da am Vatschalmühle. Und hab gedacht, oh, Clara, endlich, bist du gleich fertig. Jetzt haben wir es gleich um 2 bei mir Nachmittag. Yay! Also wir haben es dann um 2, wenn ich fertig bin, da aufgenommen. Jawohl! Und dann muss das Ganze noch gerendert werden und so ein Zeug. Und ja. Äh, hier hatte ich mich übrigens entschieden, äh, das genauso zu machen wie unten. Den Flur sozusagen. Und jetzt bin ich hier schon im Zimmer von Jennifer. Äh, sie kriegt ein braungehaltenes Zimmer. Äh, ja, so braun. Mäßig. Äh, die Betten hab ich bei jedem gleich genommen. Also jetzt nicht von der Farbe her, sondern von der Aufbau her mäßig. Weil einfach, ist halt einfach besser. Auf jeden Fall hat jeder immer ein was meistens noch zusätzlich ins Zimmer bekommen. Auch, und, also jetzt, sie hat, ähm, den Spiegel dazu bekommen. Und ansonsten hat jeder halt Tischlampen, ein Bett und zwei Betttischen. Nachttischen, da, Nachttische, Nachttischchen. Ey, alles für niedlich, Jungen. Ja. Ähm. Ja, das wird jetzt Simon, nee, Dustin sein Zimmer. Ich hab übrigens auch alle umgestylt. Ähm, ja. Das finde ich auch ziemlich cool. Jennifer sieht wirklich total anders aus und mir gefällt es so gut. Also mir gefällt es echt. Also ich muss echt sagen, was ich echt gut hinbekommen hab, ist wirklich sie. Hingegen, Simon war übelstisch schwer umzustylen. Also richtig, richtig krass. Da hab ich lange überlegt, weil einfach, ja, er war irgendwie der schwierigste Charakter zum Umstylen. Äh, für Simon, nee, äh, Dustin, Dustin. Hab ich, finde ich eine richtig geile Frisur. Das ist übrigens Dustin sein Zimmer. Äh, ich frag mich zwar immer noch, warum der Boden blau ist, aber keine Ahnung, ich wollte irgendwie blau haben. Hab mich dann aber am Ende für grün entschieden. Da hab ich überlegt, ob ich ihr das, äh, not, nee, gebe, aber mir hat es dann irgendwie besser gefallen, das Alter. Äh, ja, irgendwie so blau-grün, muss ich mal noch umändern. So, hier für ihn war es ziemlich schwer, Kommoden zu finden. Da muss ich mir vielleicht echt irgendwann nochmal Zeit nehmen und diese scheiß Kommode umändern, weil die gefällt mir nicht. Null. Aber mir ist jetzt kalt. Und ich find irgendwie diese, diese Mischdinger, ach du Scheiße, wie sieht denn das da oben auf dieser Kappe aus? Das muss ich oben ändern, das sieht echt scheiß aus. So, und da hab ich mir hier gedacht, ach, ne Kommode, stellst du hin und stellst das Telefon drauf. Scheiße, scheiße, geht nicht. Also nochmal den gleichen Tisch von unten genommen und sozusagen einfach das gleiche nochmal fast gemacht. Hab halt, äh, die gleichen Lampen genommen, aber hab dann andere Blume draufgestellt, hab dann die schöne... Oh nee, die sah schön aus. Nee, da, da, das ändere ich auch um. Nee, 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 nee. Okay, so. Es gibt dann, glaub ich, noch ne Baufolge, die ich dann auch noch gleich machen muss. Ja, zumindestens, ja, war's eigentlich echt lustig. Und anstrengend. So, äh, stimmt, das Bad mach ich noch schnell. Aber das ist dann auch gleich schon zu Ende. Und zwar, ich sag jetzt schon mal tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag, denn es wird einfach noch schnell der Boden gemacht und die Wand. Und ich sage tschüss. Und jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020